Kunstmarkt und Sammlerwesen erleben in Europa im späten 18. und im 19. Jahrhundert eine grundlegende umstürzende Verwandlung. Die französische Revolution, die Revolutionskriege, die Ausweitung der neuen Ideale der französischen Revolution und dann vor allem die napoleonische Zeit sollten nicht nur in Frankreich selbst, sondern in gesamtzentrale Europa grundlegende Veränderungen für die Bedingungen, unter denen Kunst gehandelt und Kunst gesammelt wurde, auslösen. Nicht nur wurden zahllose private Sammlungen, vor allen Dingen natürlich in fürstlicher Hand bis dahin oder auch in bürgerlicher Hand, durch die kriegerischen Auseinandersetzungen aufgelöst, gelangten auf den Markt, sondern darüber hinaus wurden eben auch vor allen Dingen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation durch die sogenannte Säkularisation eine gewaltige Anzahl von religiösen Instituten aufgelöst und ihr Kunstbestand, der bis dorthin in vielen Fällen in regelmäßiger, ja eben auch paraliturgischer Nutzung gestanden hatte, Altarbilder, Andachtsbilder, Ausstattungsgegenstände, die für den Kult benutzt worden waren. Sie alle wurden mit einem Schlag funktionslos und landeten auf einem Markt, der in gewisser Weise darauf nicht vorbereitet war. Insofern sehen wir dann im früheren, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben auch eine gewaltige Welle von Neugründungen, von Institutionen, die es in vergleichbarer Form bis dahin auch nicht gegeben hat, eben der großen Museen und darunter auch in Frankfurt, ein ganz besonders frühes Beispiel, die Gründung des Städelschen Kunstinstituts, eine bürgerliche Sammlung. Genau diese bürgerliche Sammlung, das Städel, möchte ich in dieser Vorlesung etwas genauer betrachten unter dem Gesichtspunkt, der spezifischen Art und Weise, in der Kunsthändler, die in dieser Zeit in vielen Fällen sozusagen in Personalunion auch Händler waren, an das Museum herantreten, beziehungsweise wie sie im Interesse ihr Angebot besser an den Mann bringen zu können, an das Museum verkaufen zu können, zum Teil dort auch manipulierend in die Bilder eingegriffen haben. Sie alle wissen, am 2. Dezember 1816 starb der Frankfurter Kaufmann Johann Friedrich Städel, hochbetagt und schwer vermögend und hinterließ da kinderlos seine Kunstsammlung, aber eben auch sein gewaltiges Vermögen der Institution, die er durch sein Testament einsetzte, dem Städelschen Kunstinstitut, kurz heute dem Städelmuseum. Noch im Jahr der Einrichtung des Städelschen Kunstinstituts, 1817, begann dann der Ausbau der Gemäldesammlung. Städel selbst hatte etwa 500 Gemälde, aber die Administration, die von ihm eingesetzte Gruppe von fünf Vertretern der Frankfurter Bürgerschaft, die dieses Institut nun förderhin verwalten sollten, begann damit zum einen Städels Sammlung umzubauen. Sie hatten der veränderten Zeitvorstellung, wie eine Sammlung aussehen sollte, zum Beispiel kein Interesse mehr an Kopien von bedeutenden Werken, die für Städel noch kein Problem innerhalb seiner Sammlung gewesen waren. Ein Bild, ein bedeutendes Gemälde, was er nicht im Original erwerben konnte, da hatte er kein Problem damit, dann im Falle eines Falles auch eine gute Kopie als Kopie kenntlich gemacht in seine Sammlung aufzunehmen. Das wird im 19. Jahrhundert nicht mehr gutiert und entsprechend werden diese Bilder aus seiner Sammlung aussortiert und stattdessen beginnt man zunächst in Frankfurt selbst größere Sammlungskonvolute aufzukaufen, darunter eben etwa die Sammlung Neufel-Gontar, die wichtigen Stücke zu behalten, die weniger wichtigen Stücke dann auch wiederum zu verkaufen. Städel hatte aber eben nicht nur eine eigene Kunstsammlung, die es zu verändern, zu erweitern galt, sondern er hatte vor allem Geld, er war einer der reichsten Bürger Frankfurts gewesen und diese gewaltige finanzielle Ressource, die das Städel zu diesem Zeitpunkt damals hatte, führte eben zu einem, der Möglichkeit zu einem sehr dynamischen Sammlungsausbau, aber natürlich auch etwas, war dies etwas, was euch auf dem Markt herumsprach. Das heißt, es traten eben auch Kunsthändler von außen an das Museum heran, um Werke anzubieten. Doch nur ein halbes Jahr nach der Einrichtung der Stiftung erhoben bereits am 11. September 1817 entfernte Verwandte von Städel Einspruch gegen das Testament. Und dies bedeutete den Beginn eines langwierigen Prozesses um das Erbe des Stifters, der erst 1828, also elf Jahre später, durch einen für das Städel allerdings auch nicht ganz kostenlosen, ganz preiswerten Vergleich beigelegt werden konnte, sodass dann zwischen 1821 und 1828 alle Erwerbungen durch das Museum unterbunden waren, gerichtlich unterbunden waren. Das heißt, nach anfänglichen Einsätzen einer Sammlungstätigkeit wurde die ganz schnell abgewürgt und dann erst ab 1828 in größerem Maße aufgenommen. Wobei die Administratoren von vornherein das Ziel hatten, die private Sammlung Städels, die sehr stark natürlich von den individuellen und privaten Vorstellungen und Geschmacksempfindungen des Stifters geprägt war, umzubauen, um einen großen, hochkarätigen Überblick über die Kunstentwicklung in Europa durch weitere Erwerbungen zu realisieren. Ein Prozess, der natürlich nicht zum Ende gekommen ist und der das Museum bis heute intensiv beschäftigt. Ich sitze übrigens, wie Sie jetzt hinter mir vielleicht schon gesehen haben, in einem sehr komod eingerichten Museumsraum. Die einen oder anderen werden von Ihnen das eine oder andere Gemälde sogar darauf erkannt haben und sagen, oh, das ist ja das Städel. Hinter mir etwa rechts und links sehen Sie die beiden schönen Porträts von Franz Hals, die auch heute noch in der Sammlung sind, die aus der Sammlung Städels selbst noch stammen. Allerdings, was Sie hier sehen, ist nicht etwa Realität. Ich sitze nicht in einem der Sammlungsräume im Städel, heute unter Corona-Bedingungen leer, sondern ich sitze vor der virtuellen Rekonstruktion oder in der virtuellen Rekonstruktion eines dieser Sammlungsräume aus dem Jahr 1833, als das Städel sein erstes eigenständiges Museumsgebäude nach dem Sammlungsbau von Städel selbst bezogen hatte. Und vor einigen Jahren haben wir im Rahmen der Zeitreise im Internet eben diese Räumlichkeiten rekonstruiert aufgrund von präzisen Vorgaben und Angaben, Hängepläne und Wandaufrisse, die dann eben in digitaler Form jetzt so zum Leben erwacht sind. Also im großen Niederländersaal des Städel 1833. Und hier nochmal ein Blick auf das Städel selbst. Das ist das mittlere der drei Häuser, die Sie jetzt hier auf dieser Farbnithografie sehen, im Hintergrund am Rossmarkt selbst. Das ist das Gebäude, was Städel errichtet hatte und für seine Sammlung eingerichtet hatte. Wenn wir uns oder auch wenn Sie sich vertiefend intensiver beschäftigen wollen mit Sammlungsstrategien, auch mit der Art und Weise, wie zunächst Städel dann aber vor allen Dingen eben das Museum in den ersten Jahren und Jahrzehnten seines Bestehens gesammelt hat, mit welchen Kontakten, mit welchen Händlern man im Kontakt stand, unter welchen Prämissen, unter welchen Überlegungen, welchen sich auch verändern, die eben chronologisch wechselnden Besatzungen der Administration im 19. Jahrhundert das Museum ausbauen, was ihnen wichtig war, welche auch Geschmacksvorstellungen natürlich intensiv dort mit hineinspielen, welche Auffassung von Kunst. Dann gibt es eine vorzügliche Quelle, die Sie dazu konsultieren können. Ein Buch von Corinna Mayer, die Geburt des Bürgerlichen Kunstmuseums. Johann Friedrich Städel und sein Kunstinstitut in Frankfurt am Main in Berlin 2013 publiziert. Und Frau Mayer hat darüber hinaus ein Jahr zuvor einen online publizierten Artikel veröffentlicht. Denn gute Gemälde hatte ich versprochen, gute habe ich geliefert, aber, aber, Zitat Ende, ein folgenreicher Streit um die Erwerbung eines Filipino Lippi im Städelschen Kunstinstitut um 1820. Das Zitat stammt von Johann David Passavant, einem wichtigen Frankfurter Künstler, der zu einem noch viel wichtigeren Frankfurter und internationalen Museumsmann und frühen Kunsthistoriker werden sollte. Einer der frühen Direktoren des Städelschen Kunstinstituts und eben jemand, der in jungen Jahren als Künstler beginnt und der auch in jungen Jahren als Kunstagent, wie das für viele Künstler im frühen 19. Jahrhundert auch nicht untypisch war, der eben in jungen Jahren auch als Kunstagent für, in diesem Falle das Städelsche Museumsinstitut in Italien vor allen Dingen, nach Erwerbung in Ausschau gehalten hat. Und in der Tat, Passavant vermittelt über einen Florentiner Kunsthändler eine ganze Anzahl von Gemälden, immer wieder, die auf Ansicht nach Frankfurt geschickt werden und dann von der Administration begutachtet werden, beziehungsweise von Künstlern, die die Administration damit beauftragt. Und dann wird entschieden, ob gekauft wird oder nicht gekauft wird. 1818 schickt Metzger, dieser Florentiner Kunsthändler, ein Deutscher, eine Gruppe von drei Gemälden nach Frankfurt auf Empfehlung von Passavant. Und darunter auch dieses dreiteilige Gemälde von Girolamo di Benvenuto, um 1500 entstanden, was unmittelbar akzeptiert wird, was erworben wird. Aber er schickt noch zwei weitere Bilder. Dieses Gemälde, eine Eck zur Homo-Darstellung von Sodoma und dieses Gemälde, eine Madonna mit Kind von Filipino Lippi, was nun Anlass wird zu einem interessanten und auch für uns unter dem Gesichtspunkt, was erstens wie geschehen Ankäufe und welche Rolle spielen dabei unter Umständen eben auch Manipulationen, die der Verkäufer an diesen Gemälden durchgeführt hat, ein interessantes Schlaglicht werfen. Insofern betrachten wir das ein wenig näher. Das Gemälde von Filipino Lippi wird im Städel ebenso wie der Sodoma, aber an Lippi entzündet sich vor allen Dingen der Streit, sehr kritisch gesehen. Und obwohl Passavant beraten seinerseits von einer Reihe von deutschen Künstlern, frühen Kunsthistorikern könnten wir auch sagen, Rumor darunter, in Florenz die Gemälde von Metzger begutachtet hatte und als gut erhalten und als herausragende Werke des jeweiligen Künstlers nach Frankfurt empfohlen hat, kommen also diese Bilder hier an. Und speziell beim Filippo Lippi ist man nach kritischer Prüfung im Städel der Meinung, das Bild wollen wir nicht, denn das Bild ist in keinem guten Zustand. Das ist speziell übermalt. Und das löst eine heftige Kontroverse aus. Passavant fühlt sich dupiert. Auch seine Berater, darunter eben auch Rumor, fühlen sich genauso dupiert. Und es entbrennt ein, damals natürlich noch nicht im Internet, sondern noch in guter alter Form, eines Briefwechsels ausgetragener Streit, der dann besondere Formen annimmt, weil die Administration hart bleibt und sagt, nein, das geht zurück nach Florenz. Und dann beim Einpacken des Bildes in Frankfurt etwas passiert, wovor man im Museum natürlich immer größte Sorge hat, dass so etwas passieren könnte. Beim Einpacken fällt nämlich der Deckel der Kiste in das Bild und hinterlässt eine Beschädigung, was natürlich eine Wertminderung auch damals schon darstellte und zu einem langwierigen auch Rechtsstreit auch mit Passavant, der das Ganze Jahr vermittelt hatte, führt. Das Bild geht also zurück mit der Behauptung der Frankfurter, das ist in keinem guten Zustand, das ist übermalt. Und wie sich herausstellen sollte im weiteren Verlauf der Entwicklung, es traf zu. Es traf insofern zu, als, hier haben wir jetzt die drei Protagonisten im Bild vor uns. Zum einen Johann David Passavant, den Künstler und späteren Direktor des Städel, der diesen Deal vermittelt hatte. In der Mitte dann eben Johann Baptist Metzger, den Florentiner Kunsthändler, aber auch Künstler, Maler, Restaurator, alles in einer Person. Und rechts schließlich Karl Friedrich Freier von Rumor, einen bedeutenden frühen, ja, auch Kunsthistoriker letzten Endes, der sich auch für dieses Bild ebenso wie Passavant stark gemacht hatte. Rumor kam einige Jahre später, 1822, und das Gemälde ist immer noch in Frankfurt, weil nach der Beschädigung dieser Rechtsstreit tobt. Rumor kam, nachdem er das Gemälde im Original 1818 in Florenz gesehen hatte und für sehr gut befunden hatte, kam also 1822 in Frankfurt auf einer Reise durch und nutzt die Gelegenheit, um dieses umstrittene Bild ein weiteres Mal sich anzuschauen und ist ebenso überrascht wie zunehmend empört, wie er auch in einem Brief an Metzger dann feststellt. Und aus dem zitiere ich jetzt, in Frankfurt habe ich Ihren Lippi gesehen. Ich habe Ihnen schon auf den Kopf zugesagt bezüglich, da Sie andere alte Bilder in üblem Zustand angekauft haben. Übrigens erstaunte ich, Schraffierungen im Fleisch zu sehen, die damals, als wir das Bild besahen, eh sie es kauften, nicht darin waren. Gewiss waren sie auch unnötig, da das Bild in seinem besten Stande war. Zitat Ende. Also, was Rumor hier Metzger vorwirft, ist, er hat ein hervorragend erhaltenes Bild damals gekauft. Er, Rumor, ebenso wie Passavant haben es dort in diesem Zustand gesehen. Und dann hat Metzger leider, bevor es dann weiter nach Frankfurt ging, um es dem Museum anzubieten, daran gearbeitet. Er hat es partiell übermalt. Das betraf vor allen Dingen die, ich gehe noch einmal zurück, die Farbigkeit des Mantels, ein rotes Gewand, was Maria hier trug. Und insofern löst sich sozusagen auch der Hintergrund für den zumindest Bewertungsstreit der kunsthistorischen Rolle dieses Gemäldes auf. Es ist nicht das Bild, was Passavant und Rumor 1818 in Florenz gesehen haben, was in Frankfurt abgelehnt wird, sondern es ist das Bild, an dem dummerweise zwischendurch, zwischenzeitlich eben der Besitzer, der Händler und gleichzeitig Maler und Restaurator, Metzger, Hand angelegt hatte, um, wie er sicherlich mit bester Absicht für sich wirtschaftlich meinte, es für die Administratoren für das Museum in Frankfurt doch etwas gefälliger zu machen. Bedauerlicherweise nun ist dieses Gemälde oder sind diese Übermalungen, ist sozusagen der unmittelbare sowohl augenscheinliche Test als auch eine gemäldetechnologische Überprüfung all dieser historischen Verläufe heute nicht mehr möglich. Das Bild ging zwar schließlich aus Frankfurt mit seinem restaurierten Schaden nach Florenz zurück, Metzger verkaufte es dann aber an Berlin, an die Berliner Gemäldegalerie und dort befand sich dieses Gemälde bis 1945, als es dann als relativ großformatige Tafel unter den vielen Werken der Berliner Gemäldegalerie dann doch nicht als ein zu evakuierendes Werk gelistet wurde. Das heißt, das Bild blieb in Berlin, es wurde im Flackbunker Friedrichshain mit vielen anderen, vor allem großformatigen Werken, der Gemäldegalerie eingelagert und ist dann dort unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen 1945 zerstört worden. Verschollen, wahrscheinlich zerstört, vermutlich verbrannt, für uns jedenfalls nicht mehr fassbar. Insofern können wir jetzt hier nicht sozusagen die Probe aufs Exempel machen und konkret schauen, wo sitzt denn nun diese rote Übermalung. Ein Wort beiseite, mit einiger Wahrscheinlichkeit hätten wir, würde das Bild heute noch bestehen, auch gar nicht die Möglichkeit dazu, weil viele dieser nachträglichen Manipulationen, die eine Verkäuflichkeit steigern sollten in der Erwartung der Verkäufer, der Händler, natürlich im Lauf des 19. oder auch des 20. oder frühen 21. Jahrhunderts als solche erkannt worden sind und dann in den Museen nach Dokumentation dieser Manipulation als spätere Zutaten entfernt worden sind, um dem ursprünglichen Zustand, dem ursprünglichen Zustand der Gemälde wieder möglichst nahe zu kommen. Das ist ein Problem und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt persönlich, der ich ja, wie Sie wissen, dem Städel seit vielen Jahren intensiv verbunden bin, auch beruflich, natürlich nun gerade dieses Fallbeispiel Städel ausgesucht habe, weil dies jetzt die Zugriff und die Möglichkeit auf Dokumentationen zu nehmen mir gibt, die so ohne weiteres eben für andere Sammlungen nicht möglich wären. Viele dieser Veränderungen, sehr viele dieser Veränderungen, die Werke im Verlauf des 19. Jahrhunderts bekommen haben, sind seither wieder entfernt worden. Ja, was für Möglichkeiten oder was für Strategien sozusagen für Manipulationen hat es immer gegeben, aber gab es natürlich dann auch im 19. Jahrhundert. Ein Klassiker sozusagen ist dieses Gemälde, was einem Rembrandt-Schüler, einem jung verstorbenen Rembrandt-Schüler mit einem nur ganz schmalen Oeuvre zugeschrieben wird, Lendert van Beren, ein biblisches Gleichnis, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, was aus einer illustren Vorbesitzerschaft kommt, was das Städel 1864 erworben hat und was unter anderem in der bedeutenden Sammlung des niederländischen Königs Wilhelms II. 1850 in Amsterdam versteigert wurde, dann noch in eine Privatsammlung, auch eine hochkarätige in den Niederlanden ging, um dann schließlich auf deren Auktion für Stiedel erworben zu werden. Ein gefeiertes Bild, ein Bild, was man in seiner Entstehungszeit unangefochten als Rembrandt betrachtete und was bis heute dieses Bild auszeichnet, ist eben sein dicker gelber Firnis, der vermutlich auch erst im 19. Jahrhundert aufgebracht worden ist, als man eben genau diese Gelbtonigkeit, den Galerieton solcher Werke als typisch für Rembrandt erachtete und vor allen Dingen als eine typische gestalterische Strategie von Rembrandt selbst betrachtete. Das Bild nahm eine unglaublich prominente Rolle im Städel nach seiner Erwerbung in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein. Sie sehen hier wiederum eine virtuelle Rekonstruktion, in diesem Falle des großen Niederländersaals im Städel im heutigen Meinflügel im Gebäude auf dem heutigen Museumskomplex, der 1878 eröffnet wurde. Und auch hier hat uns die Vorarbeit von Kuratoren-Vorgängern, die nämlich ihre Hängung für diese neue Eröffnung in schematischen Plänen dokumentiert und vorbereitet haben, geholfen, dies jetzt virtuell zurückzuziehen. Auf der Mitte der Wand zentral platziert, eines der relativ großen, größten Bilder an der Wand, sehen Sie eben jetzt das dunkle Gemälde, was damals Rembrandt zugeschrieben wurde und die Platzierung im Zentrum der Wand an dem Filetplatz sozusagen innerhalb der Hängung dokumentiert die hohe Wertschätzung. Der Grund dafür war, das sehen Sie hier unten auf der Folie in schwarz-weiß, schwer zu aufzunehmen und überhaupt schwer zu sehen, nur unter besonderen Lichtbedingungen, die Signatur. Die Signatur, die eben behauptet Rembrandt, Fezet, Rembrandt hat es gemacht 1656, aber diese Signatur, das stellte sich dann im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit diesem Gemälde heraus, allerdings erst im 20. Jahrhundert. Diese Signatur ist falsch und sie ist damit auch für die Wertschätzung dieses Gemäldes seit dem frühen 20. Jahrhundert sozusagen der Todeskuss gewesen. Bis dahin gefeiertes Hauptwerk von Rembrandt in der Stilsammlung, die Blendung sollte erst im frühen 20. Jahrhundert erworben werden, wurde das Bild durch diesen Nachweis der Fälschung schlicht und einfach in den Orkus der Rembrandt-Nachfolge gestürzt und befindet sich auch eben seitdem im Gemäldedepot, im Depot des Museums ist auch öffentlich nicht zugänglich. Fast schade, weil es eigentlich ein hochinteressantes Beispiel für den natürlich Einfluss von einerseits wandelnden Geschmacksvorstellungen, aber gleichzeitig auch für den Einfluss von kunsthistorischen, stilistischen, aber auch technologischen Untersuchungen auf die Einschätzung von Kunstwerken darstellt. Ja, wie kann man das so sicher sagen, ob eine solche Inschrift original ist oder nachträglich? An der Handschrift? Natürlich nicht. Es ist tatsächlich ein, in vielen Fällen, in allermeisten Fällen ein präziser technologischer Nachweis. Jedes Gemälde, egal ob auf Holz oder auf Leinwand gemalt, ist der Alterung unterworfen. Eine Binsenweisheit. Ob Holz oder Leinwand, es handelt sich um ein organisches Material, was klimatisch bedingt arbeitet. Das heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf, es dehnt sich aus, es gibt Feuchtigkeit ab, wenn es trockener wird im Raum, es zieht sich wieder etwas zusammen. Und dieser permanente Prozess der immer fortwährenden Bewegung im mikroskopisch kleinen Bereich. Der führt dazu, dass irgendwann die zunächst elastische Farbschicht dann versprödet reißt, nicht von der Farbschicht abplatzt, vom Grund abplatzt, aber eben reißt und das typische sogenannte Kraklet ausbildet. Genau das, was wir jetzt hier sehen. Ein typisches Holz-Kraklet links, ein typisches Leinwand-Kraklet rechts. An zwei Beispielen Van Eyck und Nathier, 15. und 18. Jahrhundert. Dieses Kraklet ist ein Rissnetz. Und Sie können sich vorstellen, wenn es sich einmal gebildet hat, anschließend auf das ausgebildete Kraklet einer Leinwand oder einer Holzgemälde, einer Holzgemälde Oberfläche, nachträglich Rembrandt oder Nathier oder Van Eyck draufschreiben, dann dringt die Farbe natürlich auch in das Rissnetz ein und bleibt dort drin enthalten. Und mit den Möglichkeiten, die natürlich die Gemäldetechnologie sich im 20. Jahrhundert aller spätestens erarbeitet hat, nämlich mit der Nutzung etwa von Stereomikroskopen, haben Sie natürlich die Möglichkeit oder mit Querschliffen, aber schon mit auch zerstörungsfreien Methoden haben Sie die Gelegenheit zu prüfen, ist die Farbe ins Rissnetz eingelaufen, dann ist sie definitiv später. Oder ist die Farbe der Signatur mit der Malschicht zusammen krakliert, dann ist sie mit einiger Wahrscheinlichkeit original. Und insofern lassen sich eben solche späteren Zutaten, von denen ich Ihnen im weiteren Verlauf noch eine Reihe weiterer präsentieren möchte, relativ klar und eindeutig nachweisen. Und dann ist natürlich die übliche, das übliche Vorgehen der Konservatoren, der Restauratoren, der Museen an sich, aber auch privater Sammler heute, dass man sagt, eine solche nachträgliche, unter Umständen auch schlicht auch ästhetisch ein Gemälde verfälschende Zutat wird dokumentiert, sorgsam dokumentiert, aber dann eben anschließend abgenommen, in einer Restaurierung abgenommen, um dem ursprünglichen Erscheinungsbild des Gemäldes so nah wie möglich wiederkommen zu können. Die Verfälschung durch Hinzufügung einer Signatur ist natürlich der banalste und gleichzeitig sicherlich der wirtschaftlich erfolgversprechendste Weg einer Bildmanipulation, um auf dem Markt ein Bild besser unterbringen zu können. Das ist heute im Falle eines Falles nicht anders als vor 150 Jahren im 19. Jahrhundert. Es ist nur heute eben leichter zu prüfen und leichter nachzuweisen. Im 19. Jahrhundert gibt es aber eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen, Manipulationen, mit denen Händler, mit denen Sammler, die ihr Werk erfolgreich weiterverkaufen wollten, an ihre Bilder herangegangen sind in einer Unbefangenheit, die heute erstaunt, gelegentlich auch erschreckt geradezu, die aber eben für das frühere und eigentlich für das ganze 19. Jahrhundert relativ selbstverständlich war. Ein solches Fallbeispiel möchte ich Ihnen hier präsentieren mit Barnaba da Modernas, großer, großartiger, früher goldgrundiger Tafel der Madonna mit Kind, 1367 datiert, unter dem Bild im Bildfeld selbst eben vom Künstler auch signiert. Das Gemälde, betrachten wir es ausgerahmt, offenbart, dass es auf allen Seiten ein Stück weit unbemalte Holzfläche hat, die ursprünglich natürlich von einem Rahmenwerk abgedeckt war. Aber das Gemälde bei so genauerer Inspektion zeigt natürlich genauso, dass es ganz offensichtlich mindestens oben beschnitten sein muss. Denn die Rahmung läuft ja quasi ins Nichts. Sie ist abgeschnitten, sie ist weggeschnitten und wenn wir uns die Zwickel des Gemäldes anschauen, dann sehen wir vor allen Dingen, dass diese Zwickel sogar nachträglich angestückt sind. Hier haben wir jetzt gelb markiert die Schnittkante und Sie sehen eben in der Röntgenaufnahme, die rechts neben dem Bild steht, sehr genau auch die Fuge sozusagen zwischen der sekundären Anstückung und der originalen Begrenzung der Rahmung des Gemäldes. Und hier schließlich in einer sozusagen Rekonstruktion, einem Ausblenden dieser sekundären Anstückungen, können Sie unschwer erkennen, dass der fragmentarische Charakter dieser Tafel noch deutlicher wird, wenn eben diese nachträglichen Eckanstückungen wegfallen. Die Form, diese schräg nach oben laufende Form, die in einer trapezoiden Übergiebelung des Bildes ursprünglich geendet hat, ist für italienische Tafelbilder des 14. Jahrhunderts völlig normal, ganz üblich und auch im Werk von Bernabada Modena, diesem in Oberitalien tätigen Künstler, finden wir beispielsweise hier mit dem Retabel der heiligen Lucia, die im Zentrum die Altarpatronin zeigt, begleitet von eben zwei Folgen von Viten-Szenen aus ihrem Leben und ihrem Martyrium, deshalb eben der Begriff Viten-Retabel. Dieses vollständig erhaltene Viten-Retabel von Bernabada, das zeigt uns, wie denn ursprünglich auch die Frankfurter Tafel ergänzt ausgesehen haben wird und vor allen Dingen macht sie uns deutlich, dass auch die Frankfurter Tafel eigentlich nur leider ein Überrest eines viel größeren Ensembles war, denn auch sie war die Mitteltafel eines deutlich größeren, mehr registrigen und nach rechts und links natürlich genauso mit weiteren Tafeln ausgestatteten großen monumentalen Altarbild. Hier ein weiteres Beispiel, auch hier haben Sie jetzt bei der Thronen der Madonna im Zentrum wiederum diese trapezoide oberen Abschluss, der eben, wie auf der vorherigen Folie gesehen, dazu diente, eine etwas kleinere Tafel darauf noch einmal aufsetzen zu können. Bernabada-Monennars Tafel ist also das Ergebnis einer Filetierung, einer Zerstörung eines größeren Altar-Ensembles, bei dem lediglich die Mitteltafel herausgesägt wurde. Der Rest ist verloren und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass man in der Zeit, als das passiert, Ende des 18., frühes 19. Jahrhundert, auf die anderen Tafeln besonders viel Wert gelegt hat. Diese Tafel, die schließlich in Städel kommt, hatte für die frühen, für den frühen Markt sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, der sie trotz ihres bescheidenen künstlerischen Wertes, den man damals gesagt hätte, ist ja nur gotisch, was ja eher als abwertende Stilbezeichnung gemeint war, im späten 18., im frühen 19. Jahrhundert. Diese Tafel hat eine Inschrift und die dokumentiert den Künstler und sie dokumentiert das Entstehungsjahr und sie dokumentiert den Ort, nämlich Genua, an dem Bernabada gearbeitet hat. Und damit ist sie so etwas wie eine menschenschlechte Kunst aus der Perspektive der Zeit, doch wenigstens ein historisches Dokument. Und als solches hat man genau diese Tafel ausgesägt und als immerhin mit einer Chance, auf dem Kunstmarkt verkauft werden zu können, betrachtet. Um diese Chance aber zu vergrößern, war eines dringend geboten. Aus diesem merkwürdig gotisch, auch in der Silhouette, untypisch erscheinenden Gemälde musste ein richtiges Gemälde werden. Und die Ästhetik, die dahinter steht, ist natürlich die des italienischen Renaissance-Gemäldes. Ein italienisches Renaissance-Gemälde hat vier rechte Ecken. Und insofern wird also aus dem gotischen Madonnenbild, Altarfragment, dann durch die Hinzufügung der Anstückung rechts und links oben ein Quadro. Die italienische Bezeichnung nicht nur eben eines Rechtecks, sondern auch die Bezeichnung eines Gemäldes. Die Anstückung diente also dazu, das Bild, das Fragment in ein, den ästhetischen Erwartungen der Zeit entsprechendes Galeriebild zu verwandeln. Und insofern sehen wir es auch, hier mit dem Pfeil markiert, auf einer Aquarellwiedergabe des Italiener-Saals von 1835, dargestellt, selbstverständlich in einem Goldrahmen, so wie alle anderen Bilder dieser Zeit auch so ausgestellt waren. Und im selben Zustand sehen Sie es immer noch in der Hängung 1878 im Städel, am Schaumain-Kai dann schon, auch hier eine virtuelle, wieder die virtuelle Rekonstruktion natürlich, die deutlich macht, dass man ganz bewusst den ursprünglichen Charakter, die ursprüngliche Funktion, die ursprüngliche Gestalt dieses Altar-Retabel-Fragmentes kaschieren wollte zugunsten eines Galeriebildes, eines Quadro eben. Und insofern wird es Sie natürlich nicht überraschen, dass dieses Bild auch bis vor 30 Jahren etwa im Städel in einem Rahmen an der Wand gehangen hat, obwohl es ein Fragment ist und obwohl es ja eigentlich seinen Rahmen, wenn auch fragmentiert, im Bildschirm mitbringt. Und Sie werden wiederum nicht erstaunt sein, dass wir vor einem Jahr schon natürlich uns dann entschieden haben, diese Tafel nicht mehr mit einem sekundären Rahmen zu präsentieren, sondern sie eben ausgerahmt als Fragment den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen. Was wir natürlich nicht tun konnten, war, diese Anstückungen oben zu entfernen und zwar aus einem leider nun wiederum konservatorischen Grund. Diese Anstückungen sind zusammen mit dem hölzernen Bildträger der Tafel selbst, der Originalbildträger, parkettiert worden, das heißt auf der Rückseite mit einem Stützgerüst aus vertikalen und horizontalen Holzstreben verbunden und wir müssten diese Holzstreben durchsägen, um die Anstückungen entfernen zu können. Das wäre aber eben auch nur mit einem erheblichen Stress und einer erheblichen Belastung für die Originalmalerei verbunden. Insofern haben wir das bisher nicht, die Restauratoren bei uns am Haus, genau diese Entscheidung bisher gescheut und nicht getan. Ja, ein klassischer Fall von Reframing, von Neurahmung oder besser gesagt von Rahmung, haben wir jetzt hier bei einem sehr frühen Beispiel des 14. Jahrhunderts gesehen. Reframing im praktischen oder auch im übertragenen Sinne bleibt das Thema unserer folgenden Beispiele. Wir springen in der Zeit, wir gehen in die Mitte des 16. Jahrhunderts zu einem bedeutenden und hoch eindrucksvollen Gemälde von Giovanni Battista Moroni, bedeutender Bildnismaler in Oberitalien, der hier einen Laienbruder ins Bild gesetzt hat. Ein Gemälde übrigens, was 1843 Johann David Passavant, damals schon Inspektor oder Direktor des Städel, aber immer noch auch Sammler von Kunst, dann dem Städel schenkt. Und Sie sehen hier nur eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, weil es sich um den Zustand vor der letzten großen Restaurierung 1991 handelt. Was auffällt an dieser Darstellung ist, wie merkwürdig schwimmend die Figur im Bildformat sitzt. Sie wirkt klein vor diesem großen Raum oder Hintergrund besser gesagt, der ist monochrom. Und wenn wir uns diesen Hintergrund etwas genauer ansehen, dann sehen Sie dort, wo jetzt diese grünen Pfeile auf der Vergleichsabbildung sitzen, dass dort sich ja ganz deutlich an den Ecken etwas abzeichnet, was eine Störung wiedergibt. Das hat schon im 20. Jahrhundert dazu geführt, dass man erkannt hat, was da passiert war. Nämlich, dass ganz offensichtlich der Trägerrahmen sich durch diese Leinwand durchzeichnet und dass das unschön aussieht. Und daraufhin hat man dann, ich entschuldige mich für die schlechte Bildqualität. Es ist oben da nur angeschnitten. Sie sehen jetzt das Gemälde in seinem damaligen Rahmen. Und dieser Rahmen war so formatmäßig gewählt, dass er diese etwas hässlichen Verfleckungen im Randbereich an beiden Seiten und oben des Originalgemäldes kaschieren sollte. Was war da passiert? Was da passiert war, das zeigte sich nach der nochmaligen Untersuchung vor knapp 25 Jahren und der dann eindeutigen Befund, Ermittlung und der anschließenden Restaurierung, das Gemälde hat einen Rahmen. Allerdings keinen realen Rahmen. Es hat einen gemalten Rahmen. Und genau dieses Spielen mit der Wahrnehmung des Betrachters, die dieses Gemälde ursprünglich so besonders macht, das raffinierte an Moronis Bilderfindung, dass er nämlich seinen Leinbruder in einem fingierten, gemalten, auf die Leinwand mit gemalten, simplen, hölzernen Rahmen präsentierte. Das hat uns offensichtlich, dieses Sophistication hat ein späterer Besitzer nicht zu gutieren verstanden und hat gesagt, ja, das ist doch irgendwie komisch, verstehe ich nicht, was soll das? Ist kein schöner Rahmen, da muss auch ein Kaltrahmen drum. Also hat er es einem Maler gegeben. Restauratoren sind ja eigentlich erst eine Berufsgruppe, die es erst seit dem 20. Jahrhundert gibt als Spezialisten. Also ein Maler gegeben hat, gesagt, mal den grauen Grund einfach weiter. Genau das ist passiert. Und wenn Sie jetzt noch einmal, jetzt leider nur schwarz-weiß-farbig im Vergleich, aber die beiden Bilder sich anschauen, verstehen Sie sofort, wie elementar wichtig es war, diese übermalte, fingierte Rahmen wieder freizulegen, um dem Bild wieder, dem Bildnis wieder seine ursprüngliche, buchstäblich Fassung zu geben. Das Framing, was ein Missverstandener, eine missverstehende und missverstandene Geschmacksverirrung, möchte ich sagen, eben im vermutlich 19. Jahrhundert im Sinne von, das wollen wir besser verkaufen können, eben beseitigt hatte. Fragmente lesbar zu machen, beziehungsweise Fragmente als Fragmenten nicht erkenntbar zu machen. Dafür haben wir ein weiteres bedeutendes Beispiel in der Städelsammlung. Das ist diese Tafel, die Sie alle kennen, aus der Schausammlung der sogenannten Meister von Flemall, ein bedeutender Künstler des frühen 15. Jahrhunderts, in der Werkstatt von Robert, Camper und Tourney tätig. Und dieses Bild zeigt das für die Zeitverhältnisse erschütternd realistisch dargestellte Porträt eines Gekreuzigten, eines der Schecher, die mit Jesus bei der Kreuzigung hingerichtet worden sind und zwei Zuschauer. Dieses Bild ist, so wie Sie es jetzt hier auf der Folie sehen, eben erst vor vier Jahren zum jetzigen glanzvollen ursprünglichen Zustand zurückgeführt worden. Bis vor vier Jahren sah es noch so aus. Ein dicker gelber Firnis und vor allen Dingen der kostbare Hintergrund, ein Pressbrokat, der ein Goldtextil imitiert, war durch eine Fülle von Beschädigungen und von lauter kleinen Restaurierungen, die Sie jetzt hier erahnen können, eben völlig überzogen und verändert. Noch einmal die beiden Bilder im Vergleich. Das ist so ein bisschen wie das berühmte Bildbeispiel in der Höhe zu. Erkennen Sie die Unterschiede. Der größte Unterschied oder der motivische Unterschied ist natürlich das flatternde Tuch, was vom linken Bildrand hereinragt. Und dieses flatternde Tuch ist eben auch im 19. Jahrhundert übermalt worden, weggemalt worden, weil man den Kontext, der sich daraus ergibt, da flattert etwas von links heran, also geht es ja wohl auf der Seite irgendwie weiter, nicht mehr hatte, beziehungsweise auch nicht verstand und genau diesen fragmentarischen oder diesen Hinweis, dass das ein Fragment ist, kaschieren wollte. Der ursprüngliche Zustand oder Kontext des Schecherfragments im Städel, den erhält diese frühe Kopie aus dem späten 15. Jahrhundert eines unbekannten Künstlers, der das Gesamtwerk, aus dem das Fragment stammt, Ihnen vor Augen stellt, nämlich die Kreuzabnahme Christi und auf den Flügelbildern die Schecher. Im Bildersturm im 16. Jahrhundert ist dieses Altarwerk, was möglicherweise in Brügge ursprünglich gestanden hat, zerstört worden und nur das Fragment, was in Frankfurt sich erhalten hat, ist erhalten geblieben. Und Sie sehen hier eine Rekonstruktionszeichnung, die im Zuge der Restaurierung vor vier Jahren und der anschließenden Ausstellung im Liebighaus in neuem Glanz angefertigt worden ist von Fabian Wolf. Und Sie können jetzt erahnen, wie der Bildzusammenhang ist. Also dieses Gewand, dieser Gewandzipfel, der da herumflattert, ist nichts anderes als ein Engelsgewand, eines Engels, der eigentlich der Mitteltafel zugehörig ist und dessen Gewand sozusagen in dem durchgehenden Hintergrund auf die rechte Seitentafel flattert und damit die Tafel mit der Mitteltafel natürlich optisch entsprechend verbindet. Hier noch einmal der Zusammenhang. Genau die hat man weggemalt, hat sie unterdrückt, weil gleicher Impuls wie bei Meoda Siena, bei unserer Madonnentafel mit ihrem gotischen Altarretabel-Format, man aus diesem Einzelbild ein, oder aus diesem Fragment, pardon, aus diesem Fragment ein pseudoautonomes Einzelbild, ein Galeriewerk produzieren wollte, verwandeln wollte. Und insofern auch hier wieder der Blick in die Hängung von 1878, die virtuelle Rekonstruktion. Und dort sehen Sie eben das Gemälde in einem Goldrahmen hängen, als sei es ein selbstständiges Gemälde, als sei der Schecher am Kreuz das Bildthema. Es wird also ganz bewusst kaschiert und verborgen, dass es sich um ein Fragment handelt. Hier ein Blick in die Ausstellungssituation vor vier Jahren im Liebighaus und Sie sehen die große freistehende Vitrine, in der eben das Fragment als Fragment präsentiert wird. Und genau diese Installation ist natürlich dann auch nach dem Ende der Sonderausstellung in das Städel, ins Haupthaus sozusagen, wieder überführt worden. Und in der Form sehen Sie in dieser Vitrine eben von beiden Seiten zugänglich und sichtbar das Schecher-Fragment des Meisters und Flemall. Und können damit auch sehen, unmittelbar nachvollziehen, das ist ein Fragment. Das wird natürlich noch deutlicher, wenn die Rückseite betrachtet werden kann, was nur in dieser Vitrine möglich ist. Hängt das Bild gerahmt an der Wand? Wissen wir nicht, sehen die Besucherinnen und Besucher nicht, was auf der Rückseite dargestellt ist. Aber die Bemalung der Rückseite, hier links unrestauriert, rechts im restaurierten Zustand, macht natürlich noch deutlicher, noch schneller klar, als der Schecher am Kreuz, dass dies ein Fragment ist und dass dies offensichtlich nur die obere Hälfte eines viel größeren eben ursprünglichen Altarflügels gewesen ist, mit der Darstellung Johannes des Täufers. Reframing muss nicht heißen, man verändert was am Format. Das muss nicht heißen, man malt einen Rahmen weg oder man rahmt ein Bild, was eigentlich gar nicht als normales, rechteckiges Galeriebild konzipiert war. Reframing kann etwas mit Stil zu tun haben. Ein anderes Beispiel. Dirk Bautz und Werkstatt, eine kleinformatige Madonnentafel, ein Bild für die individuelle Andacht, Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, zeigt die für Dirk Bautz so typische innige Darstellung eines halbfigurigen Bildes der Madonna, die einem Kind die Brust gibt. Und bei näherer Betrachtung, es soll ja immer interessant sein, Bilder auch mal aus der Nähe zu betrachten, sehen wir, dass die große Falte am Rücken der Madonna farbig zwar der Originalmalerei des restlichen Mantels relativ gut angepasst ist, aber in ihrer Struktur deutlich grober ist. Wir gehen noch etwas näher heran. Und jetzt sehen wir sogar, dass sich unter dieser grober strukturierten Farbe, diese Ergänzung, ein kleiner grüner Kanal sozusagen auftut, an dem wir erkennen können, dass eben diese grobe rote Farbergänzung des Marienumhangs auf dem bereits ausgeführten Grün des ursprünglich angelegten Hintergrundes der Tafel befindet. Das lässt sich nun technologisch präzise nachvollziehen. Hier haben wir eine Infrarotreflektografie und Sie sehen, dass das Material der Ergänzung natürlich anders zusammengesetzt ist, andere Pigmente, andere Zusammensetzung hat als die originale Farbe des roten Mantels. Und deshalb wirkt das Ganze eben dann in der Infrarotreflektografie dunkler, hat einen anderen Grauton. Die Ergänzung ist also wasserdicht und klar. Und das wird auch besteinigt und bestätigt durch zwei Kopien, zeitgenössische Kopien aus dem 15. Jahrhundert nach dem Gemälde selbst. Hier eine Zeichnung in Dresden. Die ist zwar auf der linken Seite beschädigt, aber Sie können unschwer erkennen, dass die Kontur sozusagen des Schulter, die Schulterkontur Mariens dort eben der, auf die Ergänzung verzichtet, sondern die Figur ebenso wie dieses Gemälde, qualitativ nun nicht gerade erste Klasse, zugegebenermaßen, aber dennoch auch eine wohl noch im 15. oder frühen 16. Jahrhundert ausgeführte Kopie. Auch die zeigt den Zustand des Frankfurter Gemäldes vor der Erweiterung, um diesen, wenn wir jetzt genauer hingucken, ein wenig buckelartig wirkende Ergänzung. Ja, der Grund wiederum, relativ leicht erklärlich. Die gotische Silhouette, dieses sehr schlanke, dieses sehr verbrechliche, dieses sehr vertikal ausgerichtete, der ursprünglichen Figurengestaltung von Dirk Bautz, entsprach schlicht und einfach im 19. Jahrhundert nicht dem an Renaissance, an italienischer Renaissance geschulten Geschmack und willkürlich rausgegriffen. Sehen Sie sich Bellinis Madonna mit Kind und Heiligen an, die dort wirklich natürlich körperhaft ausgebildet, raumgreifend dargestellt ist. Das war sozusagen das, was diesem Maler, Restaurator in Anführungsstrichen, der das Städelgemälde, bevor es das Städel erworben hat, eben verbessert hat, im Hintergrund hatte, im Hinterkopf hatte, um aus einer, ja eben nochmal gotischen Madonna und damit eher gotisch als Sinn, naja, also das ist diese mittelalterliche, stilistisch doch unseren heutigen Vorstellung nicht so ganz entsprechende Kunst, noch verhaftet ist, dieser Vorstellung verhaftet ist und der insofern also dann etwas schön Renaissancehaftes daraus macht. Heute würden wir natürlich sagen, selbstverständlich, Gotik ist ein großartiges Stil und spätgotische Malerei ist anders als Renaissance-Malerei und genau dies wollen wir wieder sehen. Ob irgendwann einmal in der Zukunft am Städel die Entscheidung getroffen werden wird, diese Übermalung wegzunehmen, das bleibe dahingestellt. Ich habe, für mich hätte das keine hohe Priorität, weil sie letzten Endes wirklich nur beim genauen Hingucken, dem Betrachterinnen und Betrachter auffällt. Es ist keine wirklich entscheidende ästhetische Beeinträchtigung und es ist auch ein Zeitdokument, ein Dokument ästhetischer Wertschätzung beziehungsweise ästhetischer Einschätzung eines Bildes, die sich von unserer heutigen natürlich grundlegend dann doch unterscheidet. Ein weiteres Beispiel, Reframing in stilistischer Hinsicht. Die Städelsammlung verfügt über das allerdings erst im frühen 20. Jahrhundert erworbene bedeutende Landschaftsgemälde von Claude Lorrain von 1681, eine im silbrigen Morgenlicht sich präsentierende Landschaft, in der nicht nur Christus und Maria Magdalena dargestellt sind, sondern rechts eben auch das Grab Christi, das leere Grab mit dem Engel vor der Tür, Christus als Gärtner mit einem Spaten in der Hand dargestellt. Dieses Gemälde zählt zu den Hauptwerken von Claude Lorrain und ist in seinem jetzigen Zustand allerdings auch erst seit etwa 30, 35 Jahren so zu sehen. Bis dahin hing es auch im Städel begraben unter einem dicken gelben Firnis und vor allen Dingen mit einer interessanten Manipulation an den beiden Protagonisten, an den beiden Hauptfiguren. Christus, den Maria Magdalena für einen Gärtner hält und ihn anspricht und dann erst erkennt. Christus also und Maria Magdalena hier also in einem Close-up. Ich bitte die schlechte Qualität zu entschuldigen. Das ist das Beste, was wir in der Restaurierungsdokumentation haben für diese Figürchen. Sie sehen, dass die Figuren vollkommen anders proportioniert sind. Vor allen Dingen die Figur Christi macht dies augenfällig. Und wenn wir links noch einmal der übermalte Zustand, rechts jetzt Zustandsfotos der Abnahme der Übermalung bei der Reinigung in den 80er Jahren uns anschauen, dann sehen Sie, dass die sekundären Füße Christi, die Füße der übermalten Figur, jetzt rechts erkennbar sind, aber gleichzeitig auch rechts zumindest in dem Zwischenzustandsfoto erkennbar wird, schemenhaft erkennbar wird, die freizulegenden ursprünglichen Extremitäten des Highlights. Was da also passiert, gehen wir nochmal zurück, ist die Figurenproportionierung, die Lorrain angewandt hat, die vielleicht eine Anspielung gewesen mal mag auf die Auftraggeber dieses Bildes, die der römischen Fürstenfamilie Colonna angehört haben, also dieses extrem überdehnte der Figurenbildung, die hat einem späteren Besitzer ganz offensichtlich nicht behakt. Er hat sie ästhetisch nicht zu schätzen gewusst und er hat einen Maler wiederum, einen restaurierenden Maler, einen malenden Restaurator, den Auftrag gegeben, mach da mal was Richtiges draus. Die sollen so proportioniert sein, wie wir das erwarten und entsprechend wird also der Christus jetzt allerdings eher gestaucht. Es geht eher in die entgegengesetzte Richtung, vor allen Dingen deshalb natürlich wirklich so, weil der Oberkörper, an dem relativ wenig verändert worden ist, nur diese sehr lang gestreckten Beine wurden zurückgenommen. Also auch hier eine ästhetische Kritik am Bild, die sich in der Übermalung zum Ausdruck bringt und die dann technologisch nachgewiesen eben zugunsten des heutigen oder der heutige Zustand zugunsten des ursprünglichen Erscheinungsbildes des Gemäldes korrigiert worden ist. Reframing kann noch viel weitergehen. Nicht nur, dass man einen neuen Rahmen drum macht oder einen ursprünglich gemalten Rahmen wegnimmt, um einen schönen großen vergoldeten Holzrahmen eventuell drum setzen zu können oder indem man die Assistenzfiguren, quasi die Staffage-Figuren eines Landschaftsbildes manipuliert. Nein, es kann noch weitergehen und dafür ist dieses Gemälde von Alto Bello Meloni ein schönes Beispiel. Frühes 16. Jahrhundert, italienische Renaissance, Oberitalien, ein Bild, was bis vor 30 Jahren, knapp 30 Jahren so aussah, wie Sie es jetzt hier oben rechts sehen. Obwohl das ein Ektachrom ist, da merkt man auch, wie schnell natürlich auch dieses Fotomaterial leider vergeht, ist das nicht im optimalen Zustand mehr und insofern habe ich es auch nicht auf die volle Größe ziehen können, sonst sehen Sie nämlich jetzt vor allen Dingen ein unscharfes Bild. Was Sie aber sofort erkennen können, wiederum nach dem Motto Hörzu-Vergleich, sehen Sie den Unterschied, das ist, dass diese Bogenform, auf die sich die Figur vorne mit ihren Händen stützt, im Zustand bis vor 30 Jahren erstaunliche Zutaten hatte. Nämlich diese Heifischflossenartigen Aufsätze, die aus dem Gemälde in der Wahrnehmung für die Besucherinnen und Besucher des Städel ein Martyriumsinstrument machten und damit die Figur präzise benennbar machten als heilige Katharina von Alexandrien, die eben mit einem Rad gerädert, zu Tode gebracht werden sollte. Als Katharina, als Darstellung der heiligen Katharina wird das Bild eben 1840 vom Städel erworben, über den römischen Maler und Kunsthändler, Filippo Benucci, einen großen Geschäftspartner des Museums in der Mitte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Benucci hat sehr viel ans Städel verkauft und er verkauft dies eben als Darstellung der heiligen Katharina. Und als Darstellung der heiligen Katharina sollte dieses Bild bis in das späte 20. Jahrhundert auch im Städel hängen und in der Literatur geführt werden, weil, ja, da merkt man vielleicht, wir alle natürlich auch manipulierbar sind in unserer Wahrnehmung. Wir alle kennen die heilige Katharina, wir alle wissen, die hat immer dieses Rad dabei, die hat diese Zacken drauf und insofern, zacke, aha, sofort assoziiert man Katharina, damit ist der Fall geklärt, die Ikonografie ist identifiziert. Was etwas merkwürdig bei der Katharina mit ihrem Rad ist, erstens, das hätte jedem anderen auch früher auffallen können, das Rad ist erstaunlicherweise aus Segmenten zusammengesetzt, was für ein Rad nicht gerade praktisch ist. Und vor allen Dingen, das sehen Sie jetzt auch am restaurierten Zustand, das sah man aber auch am unrestaurierten Zustand schon, die Materialität dieser Segmente, aus denen das scheinbare Rad der Katharina zusammengesetzt ist, wirkt eher wie Stein, denn da gibt es eine Aussplitterung. Und genau diese Beobachtungen haben dann vor knapp 30 Jahren das erste Mal dazu geführt, zu hinterfragen, kann das sein, was ist da los? Das Bild ging in die Restaurierungswerkstatt, wurde technologisch untersucht und dann war sofort und ganz schnell klar, ja, in der Tat, das Ganze ist eine nachträgliche Manipulation. Und im Röntgenbild wurde eben auch erkennbar, warum da etwas manipuliert worden ist. Die Röntgenaufnahme, die Sie jetzt hier links sehen, ist die Röntgenaufnahme im restaurierten Zustand. Deshalb sehen Sie auch die Zacken nicht mehr darauf. Aber was Sie an dieser Aufnahme sehen können, ist, dass oben am Röntgenbild sich sehr deutlich abzeichnet, ein sogenannter Malbart. Das heißt, der Übergang der originalen Malerei zum verlorenen Originalrahmen, da gibt es so eine kleine Verdickung der Malschicht, die eben ein eindeutiges Indiz dafür ist, die Tafel ist oben nicht beschnitten. Hingegen unten, da sehen Sie so kleine Ausbrüche in der Malschicht, die typisch sind für die Folge des Einsatzes einer Säge durch Holz- und Malschicht eines gealterten Bildes. Die geht nicht glatt durch, sondern die hinterlässt eben kleine Ausbrüche. Insofern ist ganz eindeutig, das Bild ist mindestens unten nachträglich sekundär sehr viel später beschnitten worden. Und das ist auch der Schlüssel für die Deutung der ursprünglichen Darstellung. Die Tafel ursprünglich, die ursprüngliche Darstellung des Frankfurter Bildes, ähnelte einer im frühen 16. Jahrhundert in Italien eingeführten Ikonografie eben des Narziss, dieser androgynen Schönheit, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, als er es im Wasserspiegel eines Brunnens vor sich sieht. Das macht der Nachfolger von Paul Traffio in London auf dem linken Vergleichsbild deutlicher, indem man eben die Spiegelung im Wasser wahrnehmen kann, obwohl auch diese Tafel partiell wohl beschnitten ist. Aber das ist am Frankfurter Bild nach einer sekundären Beschneidung, warum auch immer die ausgeführt worden ist, weil das Bild beschädigt war, weil es auf eine kleinere Wandfläche sollte, wir wissen es nicht. Aber durch die Beschneidung war dieser ikonografische Zusammenhang für die Betrachter nicht mehr erkennbar. Und genau daran hat man sich gestört und genau deshalb hat man dann eben aus dem Narziss, der sich über den steinernen, gemauerten Brunnenrand beugt, um sein Spiegelbild zu bewundern, dann eben nachträglich eine Katharina gemacht. Das abgenommene, die abgenommene Übermalung des 19. Jahrhunderts übrigens, betraf nicht nur die Zacken, die aus dem Brunnen ein Rad machen sollten, sondern auch das Gewand des Narziss wurde durch kleine Stickereiaufsätze und so weiter genauso weiblicher in Anführungsstrichen gemacht, wie die Haarpracht noch etwas ausführlicher ausgeführt. Und schließlich hier eben ein Beispiel auch im 1500, also zeitgleich etwa mit Altobellos Gemälde, in diesem Fall ein großer Millifieur-Teppich mit der Darstellung des Narziss, der nun wirklich, wie Sie sehen, im Wasserspiegel des Brunnens sein Spiegelbild beobachten kann. Nachträgliche Veränderungen, Manipulationen, Übermalungen in bester Absicht ausgeführt, können unter Umständen auch stilistische Einschätzungen, können kunstgeschichtliche Bewertungen auch von Hauptwerken erschweren oder gelegentlich sogar in die Irre führen. Und das möchte ich Ihnen an einem letzten Beispiel jetzt noch vorführen. Sie alle kennen diese drei Tafeln. Sie waren mit zum bedeutendsten Besitz des Städelmuseums im Bereich der frühen jörnischen Malerei. Das Tschecherfragment ist das vierte, was in dieselbe Gruppe gehört, Meister von Schlemmall. Und aktuelle Besucher vor dem Lockdown des Städel werden festgestellt haben, dass zunächst die Veronika-Tafel und inzwischen auch die Madonnentafel aus der Galerie herausgegangen sind in die Restaurierungswerkstatt. Beide Tafeln werden zurzeit einer großen Untersuchung und parallel dazu laufend dann oder anschließend daran laufend einer umfänglichen Reinigung unterzogen. Und ich möchte mit Ihnen einen genauen Blick auf die Veronika tun. Sie können sich jetzt schon freuen auf die spektakuläre Wiedereinzug bei der Gemälde im Verlauf dieses Jahres. Es ist großartig, was da passiert. Der dicke gelbe Firnis, der über allen Tafeln bisher gelegen hat, ist reduziert worden. Und auch eine ganze Reihe von Manipulationen eben, unser Thema hier, sind erkannt und sind dann auch nach präziser Dokumentation dabei abgenommen zu werden. Die Veronika ist ja auch Teil eines ursprünglich viel größeren Altarretabels gewesen, eines mehrfach wandelbaren Altarretabels. Und die ist in Partien nicht gut über die Zeit gekommen. Das können Sie an der rechten Aufnahme sehen, dort ist rot, all das kartiert im Bereich, nur im Bereich des Ehrentuchs, was die Figur hinterfängt. Alles, was so schön rot ist, zeigt Ihnen, wo die Originalmalerei schlicht weg ist. Die ist im 19. Jahrhundert, wie Sie an der linken Aufnahme sehen können, relativ gut ergänzt, nachdem Originalpartien ergänzt worden. Und insofern hat man sich, unsere Restauratoren und wir als Konservatoren gemeinsam uns dazu entschieden, diese ja wirklich sehr große Fläche nicht abzunehmen, sondern diese Retuschen des 19. Jahrhunderts zu belassen, sie aber dann eben farblich sozusagen zu integrieren mit der Originalmalerei. Aber im Bereich der Figur und vor allen Dingen eben im unteren Bereich der Figur sehen Sie jetzt hier den Zwischenzustand, kriegen Sie keinen Schreck. Das Bild, so wie sich jetzt darstellt, ist natürlich ohne Firnis und dadurch wirkt es so stumpf. Aber was Sie natürlich unmittelbar sehen können mit dem ersten Blick, ist die unglaubliche Veränderung der Farbigkeit, die die Tafel erfährt, durch die Entfernung dieses dicken, gelben, wie ein Filter, wie ein optischer Filter wirkenden Firnis. Die Farbigkeit verändert sich auf dramatische Weise. Ein ähnlicher Prozess, den wir alle mit Begeisterung und Erstaunen verfolgt haben, bei der in den letzten Jahren durchgeführten Reinigung des Genta-Altars, der Brüder van Eyck. Über Closer to Van Eyck können Sie das ja auch im Internet hautnah eins zu eins sozusagen verfolgen. Und auch dort hat man eben durch die Abnahme dieser gelben Firnis eben eine ästhetische Neuauferstehung dieser Gemälde feststellen können. Der mit Restaurierung nicht Vertraute wird vielleicht bei diesem Bild zunächst echt einen Schreck bekommen und sagen, oh Gott, da ist ja so viel weg. Wie soll das wieder, wie soll das am Ende wieder ein präsentables Gemälde werden? Es sind relativ große Fehlstellen im Gewand und im Hintergrund, die jetzt offen liegen. Es sind aber Gott sei Dank keine Fehlstellen in bildrelevanten Details, wenn jetzt beispielsweise das halbe Gesicht der Veronika weg wäre. Das wäre ein Drama. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, diese Bereiche im Gewand, die schlicht und einfach von der Logik her dessen, was da dargestellt gewesen sein muss, viel leichter zu ergänzen und zu schließen sind, als dies die Interpretation eines Auges wäre. Das wäre unmöglich. Das könnte man nicht. Aber eine solche Gewandfalte wieder zu schließen, das wird die Restauratoren vor keine unüberwindbaren Schwierigkeiten stellen. Und das Gemälde wird eben nach der Restaurierung sich in einer wieder ästhetischen Geschlossenheit präsentieren. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Nochmal ein Blick auf die Oberfläche vor der Restaurierung. Und Sie sehen alleine an der schrundigen Oberfläche, wie viel da drauf sitzt, was da alles passiert ist. Dort gibt es nun im Bereich dieser Falte ein Faltengeschiebe, was schlicht und einfach im Gegensatz zu allen anderen Details in der Gewandbildung aller Flämmerler Tafeln unlogisch ist. Gemeint ist natürlich, die Veronika trägt einen roten Mantel und darunter ein blaues Goldbrokatgewand, was entweder komplett mit Pelz, weißem Pelz gefüttert ist, aber zumindest gesäumt ist. Und diesen Saum sehen Sie ja auch unten am Rand des Gewandes zum bewachsenen Boden hin oder über der Trippe über Ihrem Schuh aufstehen. Aber dann gibt es oder gab es eben bis vor kurzem noch diesen zweiten Saum, der so merkwürdig nach oben ausschwingt. Und Sie können sich jetzt wirklich mit einem Stück Stoff hinsetzen und versuchen, das irgendwie so zu falten oder anzuordnen, dass das dabei rauskommt, es wird nicht gehen. Und insofern war auch meine Position, etwa im Bestandskatalog der alten jirländischen Gemälde im Städel, nicht zuletzt aufgrund dieser Falte, die im Vorzustand auch bei den bisherigen Untersuchungen eben nicht als nachträgliche Ergänzung erkannt worden war, zu erkennen war, die Schlussfolgerung, die ich und wesentliche Teile der Forschung mit mir sozusagen dann auch gezogen haben, dass nämlich hier offensichtlich derjenige, der dieses Gewand ausführt, nicht ganz verstanden hat, was in der vorbereitenden Zeichnung, in der Unterzeichnung der entwerfende Meister gemeint hat. Und das insofern also aus solch einer Diskrepanz der Logik, der Bildlogik her, der Umsetzung eines Details, man ein Argument eines unter mehreren, aber eben doch auch ein nicht unwichtiges hätte, zu sagen, hier ist offensichtlich eine zweite Hand, ein Gehilfe dann mutmaßlich bei der Arbeit, die eben nicht in die Bildentwicklung, in die konzeptionelle Entwicklung der Darstellung von vornherein eingebunden war. Die Restaurierung nun stellt unmissverständlich dar und deutlich, dass an der Stelle, wo bis vor geraumer Zeit eben diese nachträglich ergänzte 19. Jahrhunderts Pelzkante gesessen hat, das Ergebnis nicht etwa eines Missverstehens des ursprünglich tätigen Malers war, sondern das Ergebnis des Missverstehens des malenden Restaurators im 19. Jahrhundert. Und insofern ist sie weggegangen, ist sie abgenommen worden. Und befindet sich natürlich genau dort, wo sie jetzt hier in diesem Bereich diese große Fehlstelle, oder befand sich dort, wo sie jetzt diese große Fehlstelle sehen. Ein Fallbeispiel dafür, wie ein, in dem Falle Missverstehendes, wenn auch in bester Absicht, man will das Bild schöner machen, man will es wieder ablesbarer machen, verständlicher machen, im 19. Jahrhundert natürlich auch mit der Intention, ich will es verkaufen, am Bild etwas manipuliert wurde, was dann sogar in diesem Falle für die kunsthistorische Bewertung, die kunsthistorische Einordnung eines solchen Gemäldes wichtige Konsequenzen hatte. Natürlich, klar, ähnlicher Fall in dem Sinne, wie die Martyriumsratzacken bei der heiligen Katharina. Ja. Technologischen Untersuchungseinrichtungen unterstützt wird, nicht nur die normale konventionelle Röntgenaufnahme oder die Infrarotreflektografie, sondern eben seit geraumer Zeit oder seit anderthalb Jahren auch die Röntgenfluoreszenzanalyse, die übrigens auch der Schlüssel war für die wirklich epochalen Entdeckungen am Gente-Altar. Insofern ist die Auseinandersetzung in diesem Falle auch mit der nachträglichen, ja, dem nachträglichen Reframing, dem Bemühen, Fragmente, denn auch das sind diese Tafeln eines größeren, heute zerstörten, ursprünglichen funktionalen Zusammenhangs, eines großen, doppelt wandelbaren Altars, um diese Reste, die man da aus dem Bildersturm von 1566 gerettet hatte, wieder präsentabel und auch verkaufbar zu machen im 19. Jahrhundert, als sie ins Städel kommen. Sind also diese Untersuchungen momentan auch interessant unter diesem Gesichtspunkt, wie ist man historisch mit diesen Bildern umgegangen und in welcher Weise wird etwas manipuliert an der Erscheinung, um die Verkäuflichkeit zu erhöhen und damit natürlich für uns gleichzeitig in den Museen immer wieder bei solchen Beobachtungen auch die Frage, wie gehen wir damit um? Wir gehen damit heute im Falle eines Falles sehr viel dokumentierender, sehr viel sorgfältiger um, indem wir den Vorzustand versuchen, so genau wie möglich fotografisch oder auch zeichnerisch festzuhalten, bevor er entfernt wird. Das ist etwas, was man in den letzten 150, knapp 200 Jahren, seitdem es die großen Museen, damit sind wir am Anfang meiner Einführung, überhaupt gibt als Auffangbecken für diese enormen Umwandlungen und Umwälzungen, die der europäische Kunstmarkt im späten 18., im frühen 19. Jahrhundert, französische Revolution, Napoleon gesehen hat. Genau diese Manipulationen, die damit verbunden waren, sind eben in zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten wesentlich weniger sorgsam dokumentiert worden. Wenn Sie im Städel beispielsweise sich den Katalog von Heinrich Weizsäcker, der ist im Jahr 1900 erschienen, in die Hand nehmen. Damals vorbildlich präzise und im Anhang etwa sich anschauen, die dort dokumentierten Signaturen, die ja alle faksimiliert umgezeichnet dort angegeben hat. Und dann die heutigen Bände der Bestandskataloge sich anschauen und dieselben Bilder untersuchen. Dann werden Sie selbst in diesem Zeitraum von 120 Jahren bis 1900 zurückgehend feststellen, dass eine ganze Menge von Gemälden, die Weizsäcker noch mit einer Signatur beschrieb und auch vor allen Dingen mit einer Signatur sogar umzeichnend dokumentierte, im heutigen Zustand nicht mehr vorhanden sind. Bestenfalls dann der lakonische Hinweis, Hinweis bei Weizsäcker auf eine ältere Signatur. Die ist dann genau einem solchen Erkenntnisprozess. Sie ist sekundär, sie ist definitiv nachträglich, dann eben einer Reinigung, einer Abnahme in gewisser Weise zum Opfer gefallen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion, die sich jetzt anschließen wird.